so dann lasst uns mal eine neue aufnahme starten herzlich willkommen zum heutigen video ich treffe mich eventuell mit ein paar abonnenten mal schauen nebenbei schon mal handy am start hier schön airschuh aufnehmen und dann werden wir mal sehen was so geht pokémon technisch und ob noch ein paar abos kommen und so weiter und so fort werden wir sehen ich glaube ich sehe sie schon werden wir pokémon starten halli hallo die frau zuerst hi martin super ich würde fast sagen wir warten noch ein kleines bisschen weil es könnte halt sein dass noch welche kommen ich hatte ja dann ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt ich habe da noch mal ein video rausgehauen kurz dass ich ja und die läuft halt fast immer mit einfach so ich gehe mal davon aus ihr habt auch schon ordentlich gespielt oder ich bin schon immerhin immerhin ja okay also auch nicht das kumpel von mir hat gestern hinbekommen innerhalb von etwas über einer halben stunde auf level 16 zu kommen aber halt mit mit hex ja genau 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 und von daher nicht nicht real wie viel wp hattet ihr jeweils 600 6 jahres neues ist nee nee ich meine ich meine ja ist ja nicht schlimm wird dir gleich angezeigt wie viel ja zwölf okay und ich hatte irgendwie 100 141 also die kraft ist sehr sehr gut aber ich würde dann den ar-mode ausmachen dann kannst du besser fangen und dann musst du dein handy nicht hoch halten wenn du es gerade also wenn es dir also wenn es dir angezeigt wird sozusagen dann kannst du ar-mode ausschalten an der seite kommt sobald du das sage ich jetzt mal fängst sozusagen beziehungsweise sobald du siehst kannst du oben rechts den button machen ar-mode das ist ja hier hier gibt man es ja sozusagen offen zu dass man spielt aber ansonsten wenn es halt in der stadt so keiner spielt und mit dem handy schnell so weg aber wann bekommt man eigentlich die super bälle ähm die müsstest du bald bekommen du bist der für zehn ja ich würde jetzt mal einen raum werfen wo diese zwölf oder so wenn du noch die ein oder andere was hast oder geil okay dann geht es gleich los ich will auch ich guck mal müsste ja hoffentlich jetzt auch bei mir das e-wudi erscheinen ja genau darf jemand ein e-wudi bekennen ja ich habe es auch gerade gesehen oh 340 naja immerhin ja da habe ich es auch schon direkt gekommen boah war sehr geil ja 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 genau das hast du echt manchmal wo du sagst ey komm scheiß drauf ich lass es jetzt in ruhe ich brauch's doch eh nicht das ist bei mir auch immer so oder was auch wirklich was wirklich schwer ist ist Zubat also ist diese Fledermaus das ist scheiße und Habitack finde ich manchmal auch ganz schön hart so das heißt also wir haben jetzt schon mal auf jeden fall zwei e-wulis genau zwei e-wulis genau sechs stunden später es gab nicht mehr so viel pokémon da haben wir uns entschieden einfach ein glücksei zu ich ich kriege ich komme definitiv auf level 19 auf jeden fall ich brauche nur 3.000 noch was EP kriege ich locker hin und dann mache ich das jetzt mal also glücksei jetzt kommt e-wuli Jetzt kommt Evoli. Ihr wollt das alles sehen. Nee, erstmal muss ich es umbenennen in Rainer, weil dann wird's Aquana. Ich hab's auch Aquana genannt, ich weiß Aquana. Na, Pyro ist Flamara. Nee, obwohl Flamara hab ich aber auch noch nicht. Pyro ist, was ist das? Pyro ist, nee. Blitzer ist Sparky. Und, genau, dann nehm ich Pyro, weil ich Flamara noch nicht habe. Pyro entwickeln. Und jetzt geht's los. Jetzt wird's doch was anderes. Hatte die Siax auch schon im Video. Ja, das für mich läuft. Und, gucken wir mal, wieviel. Bestimmt 1000 WP. 1.300 WP. Alter. Gleich mal Power-Up. Gleich mal Power-Up. Wollen wir richtig gönnen, ey. Richtig nice. Weiter, Power-Up. Bam. Direkt ins Gesicht. Komm, ah, schade. Für 1.400 WP geht noch nicht. Oh, richtig episch. So, Fleckmon, weiter. UT5cm Bei uns zu holen auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Dings scheint nicht zu gehen. Die Powerbank. Die Dings, ich glaube, ich weiß nicht, ob die leer ist. Oh, die ist leer? Powerbank leer gespielt. Okay, das beendet den Tag sehr schnell. Ich muss los. Ja, dann zieh mich raus, dann zieh ich dir keinen Strom weg, dann reicht es vielleicht für dich noch. Ja, ich habe 38, das passt auch. Alles gut. So, jetzt kann ich mal gucken, was es... Oh, ich bin kurz vor dem Levelaufstieg. Hey, es ist... Oh nein. Mir fehlen 1200. Scheiß drauf, ich entwickle weiter. Ich entwickle weiter, egal. Ich habe so viele. ... ... ... ... ... Boah, mir fehlen 1498. Das ist echt nicht viel. Und Level 20, dann kriegt man garantiert richtig hart auf den Sack. Also hier so Items und so. Ja stimmt, ja stimmt, 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 stimmt. Warte mal. Also bei mir ist es garantiert noch einiges mehr. Fünf Kilometer brauche ich noch. Oh ja, ich sehe es. Ebuli jetzt auch gerade. Boah, 12 WP, sehr geil. Schön einfach. Fertig weg. Du brauchst ja nur, es reicht ja wenn du ein richtig fettes hast. Und der Rest ist ja vollkommen egal. Dem verschickst du ja eh. So. Ich wollte nämlich eigentlich nur den Stop abfahren. Und dann sehe ich auf einmal, oh Ebuli. Aber das ist nicht östlich. Das ist äh. Das ist äh. Das ist doch, ja doch stimmt. Doch doch, südöstlich. Oh, 539er Fleckmon. Jetzt, jetzt wollte ich die Himbeere curven. Es liegt an deinem Nicht-Können. Ich weiß, dass ich es nicht kann. Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht. Es soll bei mir nicht abhauen. Du bist zu weit entfernt. Ja. Hier habe ich noch eins, das ich nicht habe. Crabby. Oh naja, Crabby. Der kommt noch oft genug. Gleich nochmal eine Himbeere reinblasen. Bei 500 noch was, das ist schon ziemlich nice. Das habe ich auch. Achso, Crabby. Oh, sogar ein XL Fleckmon. Oh, er rennt schon fast bei mir. Levelaufstieg. Oh, was ich bekommen habe. Zwei Glücks-Eier, Inkubatoren. Oh, nice. Gucken wir mal. Woher kam jetzt die ganzen EP? So viele Pokémon haben wir ja gar nicht gefunden. Ja, du nicht. Jetzt haben wir Rosana. Ja, Rosana. Gucken wir mal, ob sie hier noch machen. Irgendwie 700 oder sowas. Gucken wir mal. 400. Oh, lohnt es sich? Ach klar. Ich habe den Hyperball. 20 Mal. Uh, ab Level 20. Genau. Hyperball ab Level 20. Es sei denn, du kaufst sie in dir bestimmt. Nee, ich kauf mir sowas nicht. Und ordentlich Himbeeren gab es. Und wenn ich dann jetzt mal richtig gute kriege, dann eben Hyperball reingeblasen. Und dann... Aber man wird auch immer wichtiger. Weil die müssen ja dann halt auch drin bleiben, die Schweine. Rosana. Ah. Die dumme Ische. So, los, abzum. Aber das weg gibt. Jetzt wird jetzt so gut. Als Bambi da noch besitzt werden. Vielen Dank.